Sie gehören zu Besten, was das Handwerk zu bieten hat. Die Teilnehmer am praktischen Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks haben beim Landesentscheid in Koblenz ihr Können unter Beweis gestellt und alles gegeben. Wir haben drei von ihnen bei den Wettbewerben und in ihren Betrieben begleitet. Konstruktionszeichnungen lesen, das war nur ein Teil der Aufgaben, die die Teilnehmer beim praktischen Leistungswettbewerb des Handwerks in Rheinland-Pfalz zu lösen hatten. Neben anspruchsvollen Arbeitsaufträgen waren auch Kreativität und Ideenreichtum gefragt, um den Landestitel des besten Junghandwerkers nach Trier, Kaiserslautern, Mainz oder Koblenz zu holen. Einen Tag lang das Beste geben und die Konkurrenz dabei hinter sich lassen. Hier im Jugendhilfezentrum Bernardshof in Main hat der Sieger des praktischen Leistungswettbewerbs auf Kammerebene sein Maler- und Lackiererhandwerk erlernt. Amna Cichare ist ein Beispiel für eine Erfolgsstory. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen hat er hier seine Lehre in einer außerbetrieblichen Einrichtung abgeschlossen und hat seinen Ausbildern so mit seiner Leistung imponiert, dass er auch nach Abschluss der Ausbildung im Bernardshof bleiben durfte. Eher ungewöhnlich für eine solche Ausbildung. Heute kümmert er sich gemeinsam mit seinem ehemaligen Ausbilder Frank Gorgis um die Ausbildung der Lehrlinge, die nach ihm kamen, kümmert sich um Instandhaltung der Häuser und gibt Tipps. Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, wenn man eben mal die Ausbildungsseiten gewechselt hat? Ich bin angestellt vom Jugendhilfeszentrum Bernardshof und ich zeige mal den Jungs, wo die Baustelle ist, was zu machen ist, wie die Farben zu mischen ist. Also ich sammle noch Erfahrung, sage ich mal. Auf jeden Fall würde ich noch Meister machen, aber im Moment steht noch nicht fest. Also weitermachen würde ich schon. Zum Leistungswettbewerb mussten wir ihn anmelden, weil er hat die beste Prüfung hier bei uns im Bezirk gemacht, für die Innung hier. Und da war es eigentlich Pflicht, davon anmelden. Er hat es auch verdient, weil Fleiß und Ehrgeiz muss einfach belohnt werden. Und das ist das, was er wirklich jeden Tag an den Tag legt. Wir haben ja so die krassen Vergleiche. Wir sind ja im Ausbildungszentrum und da hat man halt eben eher seltener die Guten, eher die bisschen Schwächeren. Und wenn da mal so ein Guter dazwischen ist oder so, dann muss man natürlich auch gesondert irgendwie fördern, wenn es geht. Und man ist dann wirklich stolz. Schwer zu tragen an den Aufgaben des praktischen Leistungswettbewerbs der Tischler hatten alle Teilnehmer. Aber nur mit Bravour gelöst hat sie Dominik Lehnen, Gesenne bei der Schreinerei Nollen in Brodenbach. Und damit hat er sich den Landessieg geholt. Sein Können setzt er im Betrieb vor allem beim Anfertigen von hochwertigen Möbeln für Straußwirtschaften ein. Tegen, Tische und Weinprobierstände, das alles entsteht aus der Hand des Landessiegers. Und das ganz routiniert, vom ersten Sägen bis zum fertigen Möbelstück. Alles andere als Routine, das war der Wettbewerb für Dominik Lehnen. Es war eigentlich relativ gut. Es war sehr stressig. Es hat aber auch trotz alledem noch Spaß gemacht. Das Gefühl war super. Ich war nachher ziemlich geplättet. Und deswegen konnte ich mich im ersten Moment nicht so richtig freuen. Aber nachher war es doch schon richtig toll. Also Bundesentscheid, da werde ich auf jeden Fall teilnehmen. Weil es ist auf jeden Fall mal interessant, so etwas mal mitgemacht zu haben. Und beruflich. Also mein Vater, der hat auch eine Schreinerei und die möchte ich halt gerne später übernehmen. Wo hier gerade junge Lehrlinge an den ersten Schritten ihrer Karriere fallen, da hat auch mal der Landessieger im praktischen Leistungswettbewerb des Metallbauerhandwerks angefangen. Benedikt Knauf ist jetzt Geselle bei der KEWAG in Koblenz. Die Schraubstöcke und damit auch die Lehrlingsaufgaben der Lehrwerkstatt hat er mittlerweile hinter sich gelassen. Den Lehrlingsausweis gegen den Gesellenbrief getauscht. Er stellt Bauteile her für die hauseigenen Elektromonteure, die im Außendienst Umbauten am Stromnetz und Energieeinrichtungen vornehmen. Also es war ein gutes Gefühl, nachher halt Landessieger zu sein. Aber es war auch Druck dahinter, weil die Konkurrenz, die war halt groß, waren sehr gute Handwerker dabei. Und ich denke, persönlich hat es mir sehr viel gebracht. Und ja, war ein gutes Gefühl, mitmachen zu dürfen. Ja, ich werde erst, also ich werde noch hier bei der KEWAG bleiben. Bin momentan an meiner Meisterausbildung dran. Und dann sehen wir weiter. Bis es soweit ist, festigt Benedikt Knauf sein Können weiterhin und macht sich gleichzeitig für den Bundesentscheid des Leistungswettbewerbs fit. Da werden die Anforderungen dann noch einmal steigen, die Konkurrenz noch ein bisschen größer sein. Aber die muss Benedikt Knauf im Grunde nicht fürchten. Da sorgt schon sein berufliches Umfeld für. Tun seine Ausbilder Max Stowasser und sein Chef Rolf Geiermann doch in persönlichen Gesprächen und mit vielen Praxistipps etwas dafür, dass Benedikt Knauf nicht aus der Übung kommt. Schließlich ist so ein Landessieger ja auch ein Aushängeschild für die ganze Belegschaft. Wir sind also stolz auf den Herrn Knauf. Wir versuchen, welche Möglichkeiten hier bei uns im Hause bestehen, den Herrn Knauf weiterzuentwickeln. Und solche guten Fachleute brauchen wir in unserer heutigen technisierten Zeit. Eine tolle Leistung aller jungen Handwerker. Den Siegern wünschen wir alles Gute und viel Erfolg beim kommenden Bundeswettbewerb. Informationen dazu finden Sie wie gewohnt im Internet unter hwk-koblenz.de Vielen Dank. Vielen Dank.